Die kleine Nachtmusik vorsingen. Wie heißt Mozarts Schwester, Maria-Anna? Wann wurde Mozart geboren? Wann starb er? Ja? Wer meldet sich? Mozart wurde am 27. Januar 1756 geboren und starb am 5. Dezember 1791 in Wien. Wie heißt dein bester Freund? Ja? Angelina? Josef Heim? Ja. Welche Musikstücke kennst du von Mozart? Ja. Die kleine Nachtmusik türkischer Maß. Eine tiefe Verbeugung. Und wieder aufrichten. Jetzt greift ihr euch die Hände und macht. Musik weiterspielt. Einen grossen Schritt in eine Richtung. Achtung! Und einen grossen Schritt. Und einen grossen Schritt zurück in die andere Richtung. Wieder zurück. Wunderbar. Also die eine halbe Hände. Ja, gut. Und dann dreht sich da runter. So, jetzt wechseln ihr. Jetzt eben. Drehen. Einmal drehen. Jetzt drehen. Nun. Jetzt drehen. Winkange es lieber zu verstehe. Sag immer fertig. Ja. Nun. Jetzt drehen. Hörst du los! Das ist nicht leer. Ich drehe. Danke. Ich drehe. Ich drehe. Ich drehe. Kau. Ich drehe. Ich drehe. Ich drehe. Ich drehe. Hast du das gleich gemalt? Ja. Ja, schön. Ja. 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 Ja, ich habe mir lange gespielt.